Wow, Edelstahltank. Die hast du mitgebaut? Ja. Da haben wir uns hier getroffen, hatten einen wunderschönen sonnigen Tag. Ja. Ich habe das auch alles dokumentiert, alles mit aufgestellten. Ja, bloß noch nicht veröffentlicht. Aha. Und das ist nach einem dänischen Prinzip. Okay. Die Dänen haben das ursprünglich nicht aus festen Tarns gebaut, sondern aus Folien-Säcken sozusagen. Ja. Da ist der Hintergedanke, diese Säcke kannst du zusammenfalten auf dem Eselladen, irgendwo hinbringen, wo du Patsch halt nur mit dem Esel drin kommst, so ungefähr. Und das haben wir mal nachgeempfunden hier. Gut, das heißt also hier oben kommt die Biomasse, wird hier oben eingefüllt in die Decke? Ja, also hier ist erstmal, da könnte man sie erstmal einfüllen, aber hier ist jetzt Biomasse drin. Ja. Ja. Meinetwegen bis hier gefüllt. Bis hier. Ja. Und dann bildet sich Gas. Ja. Und dann drückt Patsch das Gas, diese Biomasse runter. Aha. Über dieses Rohr hier, hier in den anderen Tank rein, hier oben rein. Okay. Ja. Ja. So. Und gleichzeitig, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ja. Ist hier Wasser drin. Okay. Hier ist Wasser drin. Und das Wasser wird über dieses Rohr auch praktisch parallel zu der Biomasse, die hochgedrückt wird, auch verdrängt. Ja. Und dann läuft das Wasser hier in dieses Rohr rein. Und irgendwann, ne, ist dieses ganze Wasser, was hier drin ist, in diesem Schlauch, ist alle. Mhm. In dem Augenblick strömt Gas hier durch dieses Rohr, da oben hin, durch diese Leitung, in den Behälter. Ja. Dann blubbert das. Und dann läuft praktisch die ganze Biomasse, die hier oben drin ist, praktisch wieder zurück in den Tank. Ah. Und dadurch hast du praktisch so eine Art Rühr, ne Bewegung da drin in der Materie. Alles klar. Und dann soll das rein theoretisch 30% mehr Biogas bringen, als eine normale stehende Anbüge. Genau. Und dann soll das auch noch, jetzt freu uns oben hin, geht das Ding. Das hier auch? Mhm. Dann soll praktisch, kommt hier frisches Material rein, ja, und verbohrenes. Und während das zurückströmt, soll das hier praktisch mit mitgenommen werden. Reingerissen werden. Okay. Wie so eine Airbrush. Und dann läuft praktisch das Wasser, was sich hier jetzt gesammelt hat, läuft über diesen Schlauch wieder zurück und verschließt das hier wieder. Mhm. Und dieser Prozess beginnt von vorne. Wie oft geht das so? Alle zwei, zwei Mal am Tag vielleicht so. Zwei Mal am Tag? Zwei, drei Mal am Tag. Okay. Wir haben das jetzt nur getestet mit einem Druckluck und einem Kompressor. Ja. Haben wir das getestet. Und ähm, da funktionierte das... Ja? Ja, warte, meinst du noch nicht aufs Zimmer, ne? Also ist jetzt auch, jetzt ist auch Biomasse drin, ja? Ja, die ist leer. Achso ist leer. Okay. Wir haben es nur mit Wasser getestet. Ja. Aha. Aber jetzt auch gleich ein Druck drauf, ne? Also die Luft. Aber du hast das Ventil laufen gelassen, da? Ja, das ist auch. Aha. Also hier hat man den Kompressor angeschlossen, da habe ich den Kompressor Druck drauf gegeben, um zu gucken, ob diese Hinn- und Fergelpumpe geht. Da kann man natürlich sagen, dass man das mit den Höhen noch anbleichen muss, ne? Mhm. Also da wäre jetzt sozusagen noch Experimentierraum. Ja. Was dort schon ganz abschließend geklärt ist, ist praktisch, ähm, wie heizen wir das hier erstmal auf, sozusagen, ne? Ja. Wenn man nachher Biogas hat, kann man natürlich mit dem Biogas das aufheizen, ne? Das mal an. Ja, aber ich meine, im Sommer müsste ja eigentlich auch so laufen. Den brauchst du nur schwarz anmalen. Ja, oder die Sonne stellen. Ja, ja. Oder die Bäume roden hier, damit wir endlich mal scheiß Sonne hier, scheiß Schatten wegwärts hier. Ne, aber, ähm, Parabolspiegel. Könnt ihr aber auch einen Wärmetauscher da irgendwo hinstellen und damit, und ich hab dann auch dann irgendeine... PE-Uhr? PE-Uhr liegen können, die einfach hier auf dem Feld aufheizen und das Wasser da durchlaufen lassen und die Sonne scheint. Bloß da hast du im Winter halt ein Problem. Nein, aber ich meine, wenn der Prozess erstmal in Gang ist und man hat Biogas, kann man natürlich mit dem Biogas auch Wärme erzeugen. Das stimmt. Ich hab ja auch noch, Plan B wäre ja praktisch auch noch, mit diesem Biogas eigentlich einen kleinen Motor zu betreiben, ne? Ich hab so einen kleinen 3 kW Verdampfungskühlungsmotor mir gekauft, von Ebay, so einem chinesischen Heiznachbau. Filmst du da nicht die ganze Zeit? Ja. No Press. Filmst du da nicht? Und den Patsch damit zu betreiben. Dann hast du ja Wärme auch. Genau. Um hier etwas aufzuwerzen. War ein schöner Territ, das wir jetzt aufgebaut haben, ne? War eine schöne Aktion. Aber es ist ja hier auch ganz schön viel... Die ganzen Schieber sind eigentlich nicht vorgesehen. Das hab ich natürlich als, wie nennt man das? Profi. Naja. Mit eingebaut. Du hast es eben halt in deinem Materialsortiment. Ne, hatte ich nicht. Aber ich hab einfach gedacht, dann kann ich mal was ausprobieren. Kann ich das hier mal abschieben. Ah, okay. Oder vielleicht auch einfach nur den Durchsatz reduzieren oder was ja geileres machen. Natürlich kann man das ganze dann wieder ablassen. Okay. Ja, ich mein, das sieht professionell aus auf jeden Fall. Hier müsst ihr nochmal irgendwie... Das hängt, glaub ich, alles ziemlich... Schlitze drunter machen? Ja. Seilen. Ja, genau. Kann man ja irgendwas unterstellen. Holzklitze drunter bauen, ne? Ja. Dann ist es letztlich so. Also wir waren dann nicht ganz fertig. Ich wusste ja, dass ihr kommt. Da habt ihr auch die Brennnesseln abgemäht. Feuer ist ja klar, ne? Hier ist ja auch noch so ein Ventil dran. Ja? Ja. Hier ist ein Ventil dran und da soll dieser Schlauch dran. Und dieser Schlauch wiederum geht nach unten und nach oben. Er bildet also auch so einen Verschluss, weil sich da ja Material... So ein Siphon ähnliches. Siphon, ja. Aber wenn praktisch das in ein bestimmtes Niveau übersteigt, dann kleckert es halt raus. Also das vergorene Material. Verstehe. Ah, alles klar. Da ist dann im Prinzip, ja, das vergorene, also das Ablassvantil für die vergorenen Sachen. Ja, genau. Und das wollte ich dann praktisch in so einen, auch wie so einen Tank hier darunter stellen. Genau. Da wollte ich auch so ein Silonetz reinhängen, dass ich das praktisch auch das Dicke dann vom dünnen trenne. Und das kannst du dann nachher kompostieren, verkompostieren wieder. Ja. Ja, optimal. Das ist ja schon, das ist ja eigentlich schon Kompost. Also das ist ja schon Dünger. Dünger ist es schon. Man könnte es auch einfach dann auf die Flächen hier ausbringen. Ja. Aber kompostieren ist einfach, um es einfach zu lagern auch, ne? Ja. Das ist der Plan. Und jetzt? Wann geht es los? Es soll eigentlich diesen Sommer noch an den Start gehen, das Ding, ne? Würde ich auch sagen, ne? Ja. Das müssen wir dokumentieren. Wenn es an den Start geht? Ja. Ja. Also zumindest ist es einfach gut, das ist ja nicht so interessant, wenn du das jetzt hier, ich sag mal, auffüllst, sondern wenn das erste Biogas produziert wird. Wenn man manchmal einfach mal gucken kann, wenn es schon in Betrieb ist. Genau. Können natürlich wirklich hier mal ein paar, ich wollte auch auf PE-Rohr einfach so eine Spirale da unten reinpacken, ne? Ja. Einfach so eine ganze Rolle PE-Rohr kann man da da reinschmeißen als Wärmetauscher, ne? Ja. Oder? Ich würde das mal auch ohne Wärmetauscher probieren. Ich glaube, das geht. Erstmal so. Ich glaube, das geht. Die Dinger in China, die sind ja einfach nur eingebuddelt. Bei Erdtemperaturen von 12 Grad. Ja. Und die laufen ja auch. Ich habe meine zum Beispiel im Heizungsraum installiert. Und zwar ist da von Wolf so ein Wärmespeicher und dann habe ich den ganzen Wärmespeicher nochmal mit Glaswolle abgedeckt und einen Thermometer untergehalten. Und tatsächlich, das Thermometer zeigte 37 Grad an. Und dann habe ich jetzt eigentlich den Fermenter daneben gestellt, alles nochmal mit Glaswolle eingepackt. Jetzt habe ich die Abwärme, die im Prinzip aus diesen, ja was ist das, also die Abwärme, die eigentlich drin bleiben sollte. Damit heizt er jetzt diesen Fermenter auf. Ja, okay, das wird hier bei uns nicht realisiert. Das ist ja in unserer Heizungsraum zu stellen. Erstens passt es da nicht rein. Nee, das ist klar. Dann ärgere auch meiner Frau. Aus dem Tank. Also da muss auch noch ein Gasspeicher sein, so ein Ding, was du dir da gebaut hast. Ja. Aus dem brauchst du noch zusätzlich? Eigentlich auch, ja. Oder ich baue mir selber einen. Ich habe noch einen Sack liegen. Den kann ich dir mitbringen. Einen Sack? Ja. Ja, also extra einen dafür. Einen vier Kubikmeter Gassack. Aha. Was der alles so hat. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020